so leute was geht heute dieses thema weiter geht's mit cyberpunk 2077 und zwar ich habe ein bisschen vorgespült und bin hier angekommen das geilste ist also ich bin schon da und mir ist aufgefallen es gab da was im trailer und zwar das könnte jetzt nicht sehen wo ist das hier in der nähe das ganz nah ist dieser freizeitpark und vor wie ich bin jetzt schon mal gefahren also die achterbahn und die ist übertrieben geil also besser als geht ja definitiv allein weil sie riesig ist die ist riesig wo sieht man die aber es ist alles verlassen sogar sperrgebiet wegen gegenviertel und so jetzt bin ich die nicht der wusste es die scheiß achterbahn gegen sogar bis zum himmel raus also ohne schalz sie war so hoch dahinter oder da hinten da hinten da seht ihr schon mal das riesenrad und irgendwo war die achterbahn die ist ja was größer als das riesenrad ja was können wir die denn mal fahren wenn ich es nicht vergesse ich habe ausgesehen gerade geschmissen also von deswegen sind die alle so bis jetzt im gangviertel alter das hat nichts gutes zu bedeuten die kirche am nächsten tag deswegen ist man kann sogar warten das ist geile ok da wird nur gut das ist 4 uhr 33 scheiße werden sie warten das sieht doch schön besser aus sein das riesenrad wunderschön ich weiß nicht warum in die achterbahn alter da 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 so ein kleiner hügel aber das ist noch gar nichts das geht doch viel viel höher da kommen wir schon vorbei aber warum ist denn die kirche ach du scheiße trifft dich mit kürzer wir sind beim alter ok ich wünsche hallo ich bin wer bist du mein kontakt erfahr ich bald mal worum es geht ich bin nur der mann in der mittel du erfährst mal scannst du mich checkst ob ich alleine hier bin was für ein chrom ich habe ja hey bruder was willst du komm mal lag alter wo ist brigitte nein war dabei die ganze Zeit zu überlebt also evelyn ok ach irgendwie irgendwie aber ich habe eine neue server weil ich gekauft habe aber leider wer tippt also habe ich eine für 5000 gekauft und wir müssen 15.000 slum kratzen ich weiß nicht warum das ist so eine art neue version da müssen wir 15k haben die machen jeden job die machen auch jeden job die machen auch jeden job oh scheiße ich dachte die kann auch überspringen du verliert da kaum schaden das ist geil das ist voll geil hier das riesenrad oh guckt euch die achterbahn an die warte ja da gehen wir lächeln guckt euch wie riesig die ist die ist noch größer oder ich glaube das war schon so ja da irgendwo da in der mittel fängst du an dann geht es da lang darum darum da geht es da nicht die ist echt verdammt riesig tief haben und lobby gleich mal wenn wir jetzt nicht hier weg gehen peace bruder ich suche Placid Placid ja Placid ja ja ok kann ich auch scannen ja warte ich will gucken was du verkaufst oh hätten wir zuerst machen sollen haa ist das hell wo ist denn der dude so besser hinter dem Laden hinter den Laden ok das ist ja alles so verlassen diga also ich dachte wirklich das wäre aktiv ist es aber nicht wurde sogar stillgelegt da musst du am Anfang äh die Bahn reparieren und scheiß du musst es reparieren und dich da durchzuballern ist unmöglich ich habe mich durch geschlichen äh das kommt wieder nicht an das ist echt zu viel hey ich bin den nicht oh hey digger was ist hier denn hier die Fehlfunktion was ist denn jetzt schon wieder hey ich habe die Fehlfunktion bist du Placid die antworte wo ist deine Chef meine Frau hat sie zu lange warten müssen peace ups ah der Kapelle hieß es hans meinte bla 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 was hat er da eingepackt ich habe es gar nicht hier gesehen hm hm ah das ist gelaufen alter wo gehen wir hin wo gehen wir hin oh ist das hell man die Kackdrohne habe ich gar nicht gesehen ah stimmt sie sind da bunt was sind wir für Lappen alter jünger 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 oh ja das Achterbahn also gestern war die so aktiv okay war nachts aber war nicht so aktiv wie man das sich vorstellt landi der grad auf dem gebäude scheiß bollen helikopter jünger was ist mit dem da los wenn das so weitergekriegt ist geh mal weg hier ja eigentlich so schnell wurde ich kann nicht so schnell ah jetzt unser Ziel ist die jünger ja cool ja 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 boah junge weißt du was danach fahren wir jetzt bei die Achterbahn ich hab wieder bock dies geil aber wir müssen das mal in VR sehen das ist übertriebsig aber ich finde es schade dass ich ein Auto raus also so richtiges Auto raus es werden nur Autos angezeigt die momentan zu verkaufen sind und finde ich ja schade und wie wie ist inflict wie wo ich sehr fertig weil ich mich ja vertippt mit der scheiße war und ich habe eine 5000 gekauft ich würde eine für 2000 kaufen die mich auch verbessert hat aber jetzt habe ich müll gekauft ich will mal mit dieser kugel oder mit der bahn fahren bin ich auch noch nicht alle welche interessieren wie das aussieht was hat mich zugehört ich hatte schrift und schriften oder allgemein waffen die man auflädt ich meine warum sind sie heute echt scheiße aus zu viel zeit der christian schon und das ist ein blödes gefühl ich darf mich natürlich wieder rausballern oder bei der welt kann auch die kopf helfen bringt aber doch echt viel jetzt bin ich zu fett ja 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 ich bin heute dabei mich zu setzen ok let's go von wann hast du eine feste was soll das erst sagst du mir was du hier abziehen willst du nimmst den job du machst was oder was was fühlst du von mir wenn du mir dass ich kate zahlst denn ja gerne ich brauche ich brauche noch selber wo du schon wieder warum schickst du nicht unser und das teilt sich für euch aus ja läuft gut besser als aha der krumm schamane ist es victor ich muss sicherlich kohle in den kopf bekommen seitdem funktionierte das sei aber teurer setzte waffen hätte jeder was mach ich deutlich teurer die folge schon im tausender bereichern 20 35 07 3 sekunden vorher wusch 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 und so bin ich noch eine stimme das klingt gefährlich das erledige bringst du mich zu regiert richtig ja ich bin durch doch gerade meine leute lassen dich tun wir sind fertig und jetzt achterbahn wir fahren mit der achterbahn wir müssen uns wahrscheinlich wieder durchschlängeln weil er seit gegen viertel aber oder mit jungs ich will das achterbahn ich glaube das riesen hat funktioniert gar nicht ich glaube es sieht halt alles kaputt aus wof nein ich nehme nicht runter zu?... dass durch muss 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 durch bei der wir brauchen ein neues Auto was ist das nein nicht viel funktion ich will hallo wie komme ich denn jetzt dahin oh Junge die Stadt ist so arsch groß weil wir ein paar Jahre zocken und dann kennt man die Stadt auch in und auswendig oh Schüsse ach Glück gehabt Digga ich hoffe ich komme auf dem Dach wir werden jetzt Achterbahn fahren ist mir egal sollte ich mit dem Please Leute ja mach ich gleich 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 nachdem ich noch in der Achterbahn fahren war durch die anderen wenn ihr da vorstellt sind doch riesig ich meine das Riesenrad ist schon dampfst riesig und hier Gangviertel wir müssen an den vorbei fragt mich nicht wie ich bin wie aber dieser Name alter warte aber wir können doch schwimmen wenn ich da und das dann bin ich tot eigentlich nicht ne ausprobieren Digga nimmt der überhaupt Schaden wir klauen uns jetzt ein Bike ich fahre ich gehe da nicht zu Fuß hin ich möchte sagen ich bin noch nie in diesem Game gefahren was man jetzt auch erkennen könnte was soll ich ja warte mal wo ist die Achterbahn da wir müssen nämlich von Heck und wieder hoch da unten wäre praktisch wenn wir nicht gesehen werden naja ja ja warte bei anderen sind auf x beziehungsweise die irgendwelche Scheßtaste sind die und das ey wir fahren jetzt Achterbahn wir fahren jetzt Achterbahn man kann wirklich die Hände hoch machen ok gottbrauchen geht ja let's go guckt euch wie riesig die ist scheiße dies verdammt big alter also wenn ihr das auch zockt und hat nicht wisst wie das geht am anfang ok können immer die kackbaren scannen hier ist das scheißteil ich hab die gesucht ne bei mir ist es halt schon offen ihr müsst sie noch äh aktivieren die tut ihr na herzlichen Glückwunsch hier nicht oh Junge zum blöd zum laufen müsst aufpassen wo ihr runterjumps sonst könnt ihr den ganzen Weg wieder zurückrennen weil oder ihr ballert euch durch ist mir auch egal so wenn ihr es erschafft schön überall wo du hinguckst in irgendwelche Gangviertel die Stadt soll danach mal wirklich aufräumen wenn ich es gebildet ich weiß ist mir egal hat trotzdem funktioniert ja weil sie scannt die und dann müsst ihr in einer bestimmten Richtung hingucken da wird euch sogar der Schaltkasten angezeigt wenn ihr sucht euch wie bekloppt also ihr scannt die bahn halt ne und dann müsst ihr dahin gucken wo dahinter ist so ein Schaltkasten dann müsst ihr kurz rein und jetzt fahren wir mal mit der achte Bahn die zwei geld also ich spiele die im aber warum bin ich im band okay das war nicht so und am anfang kommt auch euer komische dude da mit vorbei das ist richtig alter Gott ich wie riesig die ist da hinten weiß ich ja nicht was das ist aber nur zwei Wochen das gehen wir mal an sie aus dem Schraubplatz oder so da hinten sogar ein Looping ohne Scheiße das ist geil hier also ich würde das dann so richtig top gemacht aber es wird wirklich ein Autohaus ein Autohaus noch eine Bank die man überfallen kann aber dahin die riesen Türme oder ich weiß noch was da hin kann ich glaube da sind wir schon Ende der Map gegen die Hauptschürfe guck euch das an die das ist schon miesig geil aber gleich kann man Hände hochmachen okay also vorhin das müsst ihr immer in VR sehen oh man das kann man nicht okay im anfang kannst du halt die Hände hochmachen oder wahrscheinlich weil ich in der Mission bin aber dann geht der halt voll ab es ist voll geil Digga die Achterbahn ist echt haben sie gut getroffen statt wegen GTA dabei ist ja nur ein paar Runden aber hier da gibt es ja nur zwei Attraktionen aber ich weiß nicht ob das Riesenrad auch funktioniert muss ich mal ausprobieren irgendwann da geh ich nicht hin Digga der Rest hier alles ist Gangviertel aber das sieht schon nice aus also ich weiß nicht ob der Rest hier unten auch alles funktioniert habe ich nicht ausprobiert weil es ein Gangviertel ist Kopfgeldjäger hatte in den Kameras irgendwie hier sogar Kampf ohne da so zu hoch zu hängen die müsst ihr natürlich mal ausschalten und hä, wohin geht das? es ist unter Wasser es ist so eine ein Unterwassertunnel ja wie geil da müssen wir mal durchcruisen ja das ist über die Fahrt also am Anfang geht er richtig ab oder es liegt daran dass ich in der Mission bin ich weiß nicht ich weiß nicht aber irgendwie am Anfang muss ich vor lange warten hat sich irgendwie festgebackt aber for real die ist geiler als in GTA muss ich sagen trifft sich mit Peace Leute mache ich mache ich doch gerne ich habe auch nichts besseres zu tun nigger ich brauche Money ich brauche so 15.000 für die nächste Mission die will unbedingt die 15.000 haben das ist ja das Ding die besteht drauf ich weiß nicht wo jetzt auch irgendwo äh hier Gangviertel ist jetzt laufe ich dem Fall in die Arme ich glaube das ist hier ja schön ich renne in Gangviertel mit rein gleich gibt es eine Schießerei oder ich habe letztes Jahr einen abgeknallt ne war ein sehr dummer Fehler die haben irgendwelche äh laser guns aber jetzt zeige ich mal meine Schroffel hinter nicht die 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 ist so scheiße weil die lädt am Anfang das ist so dumm weil ich habe ein neues Visier Schalldämpfer und ne herzliche Knarre quatsch man ich vergesse es immer dass du Doppeltipp machen musst aber sieht relativ schrott platzemäßig aus aber hab gedacht das wäre voll aktiv ne so richtig Stimmung ich kam am alles Totenstille habt ihr aber auch gar nicht gesehen ich jumpte da voll in dieses Gebiet rein Alter und davon gab immer auf mich zu schießen ich weiß nicht warum das sind meine Leute rett mit ihnen hat die zwei Dutz okay du bist wie jo ihr kennt den Weg rein wurde mir gesagt ja Garage von hinten aber pssch leise ja was Interessantes da drüben passiert seit wir hier sind ist alles ruhig ja wow ist er gar nicht los wahrscheinlich jemand raus was nun ja einmal sind sie raus zu probieren was was soll ich machen soll ich jetzt wieder ein gehen ey kann ich euch eure Karre mit boah hier den hatte ich aber auch geklaut Alter war echt nice ob die Autos guter haben ich glaube nicht die tritt die mall und sie arbeiten muss in der mall ah da lol die hat das auch gegen viertel will da nicht rein ich war da gestern schon war ja klar war ja sowas von klar war ey Junge gestern war das gar nicht warum auch ne warum auch soll ich mit der Karre wollen der hat irgendwie so kaputtes Auto ping hä das auto einfach vorbei ich war ja gestern und vorwühlt das ist das so absicht okay ich habe auch ausgewählt wie viele sind denn hier noch okay das ist unsere chance rüber zu gehen ganz leise ganz langsam ganz still ach du scheiße die wir könnten es schaffen dadurch zu jumpen aber okay ich war weg geht von mir aus auch warte mal richtig ist mir egal ich bin gebietfeindlich ja ach das ist lange feindlich ok ok in sich checken los lol hier oben war ich gar nicht oh scheiße argmann ruf bei der untergang kamera im korridor Ach du Scheiße, ey. Ist die Anne? Ich dachte, die Maul ist seit Jahren verlassen. Fuck. Jetzt nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Können wir Neustadt bei dir machen? Hauptsicht Neustadt, ja. Komm, 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 komm. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Bitte extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin. Oh, nee. Es ist so Watch Dogs Feeling, Alter. Ja, die Pistole können wir mitnehmen. Die können wir gut zum Geld machen. Ich glaub, die ist sogar besser zu meiner. Pena, ist das scheiße. Okay, den einen haben wir ausgeschaltet. Kameras. Ist das ein PC? Nein, nein, nein. Nein, nein. Scheiße. 1007. LoL. Niemals, Digga. 1007 ist geil. Naja, sorry für die Hintergrundgeräusche. Fertiliert. Aber, wo ist hier die Kamera? Ablenkungs-Ausschalten. Wie little Messer. Zitleiert. K�직elt. Wenn Facebook doch das- gib, du hättestronic. buffing-Ausschalten. roseberry. langweilig oder ja die neuen wissen wirst du musst dir jetzt zu reden scheiße park 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 leute wieso das war gewalt zum ja klar wenn sie sowieso hören ich hab kein bock auf eine schießerei aber ja weil ich meine schrubflinte was wenn er den wagen in der lobby ich muss schießen ich muss schießen digger anders geht es nicht oder geht das anders wenn ich jetzt nähe dies zu ja leute wir haben keine unterstützung mehr er ist das heißt wir müssen gewaltsam werden ja das hat immer super gebraucht er hat gar nichts gebraucht nach 30 Prozent Park Park ich werde in den anderen ich gehe darauf wirklich so voilà Peking so doch Rodrigo Dauphalde so Dauphalde soll der Ruder ich wollte ich verwirklich töten na 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 das ist das schlösser der drauf weil er ist panzerklassen hat schlösser geht kaputt der was habe ich gemacht wie sie doch nicht den falschen an nein nein da sind das für maschinen die oh mein gott oh mein gott oh mein gott wenn du boxen gehört uns das war aber der geld ist doch halt persönlich oder ja ich komme nicht raus wir sind auch um nach oben nach oben so eine dumme idee wie kommen wir da lang ich habe keine ahnung haupt halle ja ich muss oh mein gott ich hab ich werde das eh nicht überleben nein du kleiner wichser ich hätte es doch fast geschafft man die karne war doch schon da ich war schon fast fertig man aber nein das ist eine rakete alle wir hätten es geschafft der ist wie lange ich brauche mich dadurch zu ballern ach halt deine fresse man ich hab den wagen ja gefunden heißt theoretisch könnte ich mir den jetzt warum kampf warum du hast mich gar nicht gesehen alle versuchen so durch zu jumpen das ist gut dass ich das mit dem laufen aufgebildet habe diese schmerz ist als scheiße man der kannst du nichts machen sie werden los anfängt zu schießen ich bin auch schon wieder tot ich brauche nicht unbedingt die neue ich werde mir unbedingt oh scheiße zwei die moschakammer nicht um oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott what the fuck hat denn den w 있으issen wurde scheiße nee ich versuch's doch grad die ganze zeit Nein, 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 die sind hinter mir. Ah, fuck, fuck, fuck. Rentspotzen, Rentspotzen. Ich mach das für euch und dann sehen wir uns gleich. Alter, Leute, ihr wisst nicht, wie lange ich dafür gebraucht hab. Ich hab mich jetzt reingeschlichen. Es hat funktioniert. und die karre steht da es ist es wird creepy es wird einfach scheiße dafür geführt eine halbe stunde geboren wort wörtlich das ist ganz vorsichtig wir sind immer noch welche also wir wissen uns irgendwie der rein jumpen alles holen die karre und verpissen weil ich habe gar keinen bock mit das normal zu machen gefühlt sich wirklich eine halbe stunde wegen so eine karre steig 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 natürlich ja ich mache im nächsten video weiter und naja tschö mit öl weil ich habe das gar kein bock mehr ich habe